Im heutigen Video werden wir uns einmal anschauen, welche Möglichkeiten es denn gibt, seine Finanzen zu organisieren. Wir werden uns einmal intensiv mit dem Thema Haushaltsbuch beschäftigen, welche Varianten es da gibt. Dabei werden wir uns zum Beispiel auch mal zwei Apps anschauen und die Möglichkeit, das Ganze in Excel selbst zu gestalten. Außerdem schauen wir uns wichtige Tipps an, die ihr beachten solltet, wenn ihr ein Haushaltsbuch führt. Viel Spaß beim Video! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Finanzen organisieren und das Ganze mit einem Haushaltsbuch. Schauen wir uns zunächst einmal die wichtigen Punkte an, warum man denn überhaupt seine monatlichen Ausgaben bzw. auch die Einnahmen tracken bzw. beobachten sollte. Zunächst einmal ist es ja ganz logisch, dass derjenige, der sein Haushaltsbuch führt, besser nachvollziehen kann, wo denn sein Geld hingeht und einen besseren Überblick hat. Jetzt ist es ja nun mal so, dass das, was wir messen, dass wir das auch beeinflussen können. Das bedeutet, wenn wir jetzt einfach zum Beispiel von unserem monatlichen Gehalt zum nächsten leben, wissen wir nicht, wo denn unser Geld ausgegeben wird, in welche Fixkosten bzw. auch in welche variablen Kosten das Geld ausgegeben ist. Wenn ihr einfach von Monatsgehalt zu Monatsgehalt lebt und euch vorgenommen habt, einfach das zu sparen, was am Monatsende übrig bleibt, ist es sehr wahrscheinlich so, dass ihr keinen Überblick über eure Finanzen habt. Eure Finanzen sind nicht organisiert, ihr wisst nicht, wo euer Geld hinfließt, wie hoch eure Sparquote ist und wie sich euer Nettovermögen entwickelt. Noch komplizierter ist die Situation dann, wenn ihr in der Vergangenheit Schulden, wie zum Beispiel Konsumschulden, aufgenommen habt. Wenn ihr nicht ganz genau wisst, wann eure Schulden zurückbezahlt sind und kein kleines Geldpolster auf der Seite liegen habt, dann seid ihr nicht gegen unvorhersehbare Ereignisse abgesichert. Und wie wir alle wissen, erscheinen diese unvorhersehbaren Ereignisse ständig. Der Kühlschrank geht kaputt oder die Waschmaschine oder das Auto ist beim TÜV nicht durchgekommen und man muss dort verschiedene Reparaturen machen und so weiter. Von daher ist der erste Schritt, um seine Finanzen zu verstehen und auch tatsächlich zu planen und zu organisieren, alle Geldbewegungen aufzuzeichnen und genau zu wissen, wo denn sein Geld hinfließt, wie hoch die Sparquote ist und wie dann die Nettovermögensposition aussieht. Das hat verschiedenste Vorteile. Zunächst einmal wisst ihr ganz genau, wo euer Geld hinfließt und könnt eventuelle zu viele Ausgaben oder unnötige Ausgaben radikal streichen. Ihr werdet sicherlich feststellen, dass ihr hier einen kleinen Geldbetrag habt von einigen Euros, die jeden Monat vom Konto abgebucht werden, auf die ihr eigentlich gar nicht so sehr geachtet habt, die euch auch eigentlich nicht so schwer im Budget liegen, aber die trotzdem unnötig sind. Genauso kann es euch natürlich auch auffallen, wenn ihr eure monatlichen Ausgaben anschaut, dass ihr zum Beispiel einen deutlich höheren Teil für eure Versicherung bezahlt, als ihr das im Kopf hattet. Wenn ihr also diszipliniert ein solches Haushaltsbuch führt, könnt ihr genau nachvollziehen, wo denn diese kleinen oder manchmal auch größeren Geldbeträge monatlich verloren gehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr genau wisst, wie viel ihr denn im Monat zur Verfügung haben müsst und dementsprechend auch besser eure Sparquote anpassen könnt. Wichtig an dieser Stelle ist, wie wir es ja bereits in unserem Video zum Zwei-Konten-Modell richtig sparen erklärt haben, dass ihr am Anfang des Monats das Geld spart, was ihr auf die Seite legen möchtet. Im erwähnten Video, was ihr auch unten in der Videobeschreibung findet, gehen wir auch nochmal spezifisch darauf ein, warum es denn so wichtig ist, sich am Anfang des Monats, also direkt nach Gehaltseingang zu bezahlen und nicht am Ende das auf die Seite zu legen, was dann noch übrig ist. Ein weiterer Vorteil zu wissen, wo denn sein Geld hinfließt, dank des Haushaltsbuch, ist, dass ihr eure Geldströme optimieren könnt. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel dort sparen, wo es euch weniger wehtut, also wo ihr weniger Vorteile daraus seht und zum Beispiel dort mehr Geld ausgeben, wo ihr besonders viel Spaß habt. Wenn ihr zum Beispiel diverse Zeitschriften abonniert habt, die ihr sowieso in letzter Zeit nicht mehr lesen könnt, weil ihr nicht mehr so viel Zeit habt, dann deabonniert diese Zeitschriften doch einfach und geht häufiger zum Beispiel ins Restaurant, wenn euch das tatsächlich mehr Spaß macht. Diese Budgetoptimierung lassen sich auch nur dann durchziehen, wenn ihr genau wisst, wie viel ihr denn monatlich für was ausgibt. Wenn euer Ziel die finanzielle Freiheit ist, ist es besonders wichtig, ein Haushaltsbuch zu führen, um prüfen zu können, ob die Sparquote denn auch wirklich diejenige ist, die ihr euch vorgenommen habt. Außerdem ist es in dem Fall dann auch besonders wichtig, dass ihr eure Sparquote regelmäßig erhöht und dank des Haushaltsbuch könnt ihr dann herausfinden, welche Einnahmensquellen ihr eventuell erhöhen könntet bzw. welche Kosten ihr einsparen könntet. Schauen wir uns jetzt einmal an, welche Möglichkeiten es gibt, seine Finanzen mithilfe eines Haushaltsbuches zu organisieren. Zunächst einmal gibt es zwei Herangehensweise. Es gibt zunächst einmal die Budgetierungsmethode, bei der ihr festlegt, wie viel ihr im Monat für was ausgeben möchtet. Diese Methode ist sehr zukunftsorientiert, indem ihr heute aufschreibt, was ihr zum Beispiel nächsten Monat und die darauffolgenden Monate für welchen Posten ausgeben möchtet. Das wird sehr wahrscheinlich für Fixkosten, wie zum Beispiel Miete, Strom oder Telefonrechnung, eher einfach sein, weil ihr hier genau wisst, wie viel hier jeden Monat anfallen. Für andere Ausgaben, die eher variabel sind, wie zum Beispiel regelmäßige Einkäufe, Restaurantbesuche oder vielleicht gelegentliche Wochenendtrips oder Urlaubsreisen, ist das schon etwas komplizierter. Die zweite Methode ist eher rückwärtsblickend, indem ihr euch einfach sagt, ich schreibe mir jetzt einfach mal alles auf, was ich im Monat ausgebe und schaue dann einfach mal, wo ich stehe. Die beste Vorgehensweise ist natürlich, wenn ihr beides miteinander kombiniert. Das bedeutet, wenn ihr in die Vergangenheit schaut und mal ein Haushaltsbuch auch für die letzten Monate erstellt, um herauszufinden, wie viel ihr denn für was ausgegeben habt, um dann für die zukünftigen Monate ein Budget zu erstellen und dann Monat für Monat zu prüfen, ob euer Budget und eure tatsächlichen Ausgaben denn übereinstimmen. Das ist sicherlich ein etwas komplizierter Aufwand, wenn man das für die Vergangenheit machen möchte, da gerade, wenn ihr mit Bargeld bezahlt habt, es ja schwierig ist, nachzuvollziehen, was ihr denn tatsächlich mit dem Bargeld gekauft habt. Versucht hier anhand vergangener Kontoauszüge, die man heutzutage ja auch schon per Excel exportieren kann, einfach mal herauszufinden, wo denn das Geld so hingeflossen ist. Ab dem Moment, wo ihr euch dazu entscheidet, ein Haushaltsbuch zu führen, macht das auf jeden Fall rigoros und diszipliniert und schreibt zumindest mal für die nächsten Monate jede einzelne Ausgabe, die ihr denn getätigt habt, auf. Das ist natürlich einfacher, wenn ihr regelmäßig per Karte bezahlt, da ihr das auf dem Kontoauszug nachvollziehen könnt. Aber auch, wenn ihr mit Bargeld bezahlt, schreibt es euch entweder auf einem Zettel oder in den zahlreichen Apps, von denen wir euch gleich einige vorstellen werden, einfach direkt auf. Sobald ihr dann all eure Ausgaben festgehalten habt, ist es wichtig, Kategorien zu erstellen, um nicht ein Budget für jede einzelne kleine Position zu haben. Wart ihr zum Beispiel nach der Mittagspause mit den Kollegen einen Kaffee trinken und habt dafür 1,50 Euro ausgegeben, braucht ihr hierfür kein extra Kaffeebudget zu erstellen. Ihr könnt es dann einfach in eine Kategorie Entertainment oder Ausgehen zusammenfassen. Hier könnten dann zum Beispiel auch Restaurantbesuche oder das Feierabendbier mit den Kollegen sowie Disco-Besuche oder ähnlichen Entertainment-Aktivitäten zusammengefasst werden. Im Bereich Wohnen könnte man dann zum Beispiel die Miete, aber auch die Stromkosten oder Heizungskosten zusammenfassen. Einige Ausgaben können natürlich auch in verschiedene Kategorien fallen. Seid ihr zum Beispiel Immobilienbesitzer und zahlt jeden Monat für euren Immobilienkredit, könnten diese Kreditraten zum Beispiel entweder in Finanzausgaben gepackt werden oder ebenfalls in den Block wohnen. Wie ihr das Ganze macht, bleibt natürlich euch überlassen und hängt stark von eurer persönlichen Situation ab. Einige werden zum Beispiel ein großes Budget Auto haben, während andere die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Manche sind Single-Haushalte und andere haben noch ein großes Budget für Kinder zum Beispiel, wohingegen die Budgetgestaltung von einem Mieter sehr wahrscheinlich anders als von einem Eigenheimbesitzer aussehen wird. Einen großen Unterschied macht es natürlich auch, ob ihr selbstständig oder Angestellter seid. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, dass ihr auf jeden Fall eure Fixkosten, also eure fixen Ausgaben, von euren variablen Ausgaben trennt. Das liegt einfach daran, dass die Fixkosten eben fix sind und deswegen schwieriger zu beeinflussen sind als variable Ausgaben. Schauen wir uns jetzt einmal an, welche Möglichkeiten es denn gibt, ein Haushaltsbuch zu führen, um seine Finanzen tatsächlich im Griff zu haben. Die erste und altmodischste Form ist die Papierform. Ihr könnt euch einfach ein schönes Buch kaufen oder einen Block, in dem ihr euch einfach aufschreibt, was eure Ausgaben, was eure Einnahmen sind und dann per Taschenrechner nachrechnen könnt, wie viel ihr für was pro Monat ausgegeben habt. Das ist sicherlich nicht die modernste Form, weil ihr hier jeden einzelnen Beleg aufheben müsst, um keine Ausgabe zu vergessen, aber immer noch besser als nichts. Die nächste Form, ein Haushaltsbuch zu führen, ist in Excel oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm. Wer sich ein klein wenig damit auskennt, für den sollte es kein Problem sein, sich ein eigenes Haushaltsbuch zu erstellen. Gemeinsam mit der Finanzfluss-Facebook-Community haben wir ein Haushaltsbuch als Excel-Sheet entwickelt. Dieses Haushaltsbuch haben wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo ihr es euch kostenlos per Mail zuschicken lassen könnt. Wir werden diese Excel-Tabelle aber nochmal in einem separaten Video etwas genauer vorstellen. Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Finanzplanungs- oder Haushaltsbuch-Apps. Diese können sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Desktop sein. Der große Vorteil von Apps gerade auf dem Smartphone ist, dass ihr sie ständig dabei habt und bei jeder Ausgabe direkt das Smartphone zücken könnt und diese dann in euer Haushaltsbuch eintragen könnt. Eines der bekanntesten Apps in diesem Bereich ist YNAB, You Need a Budget. Der Nachteil dieser App ist, dass sie leider monatliche Kosten verursacht, ansonsten aber eines der bekanntesten Apps weltweit ist. Dann gibt es noch die sehr guten Apps Money Control und Finanzblick und die App, die ich selbst benutze, Money Pro. Der Vorteil dieser App ist, dass ihr sie sowohl auf dem Smartphone als auch auf einem Mac benutzen könnt, dass sie nur einmalige Kosten verursacht, nämlich dann, wenn ihr sie downloadet und dass es aber auch eine Lite-Version gibt, also eine kostenlose Version, die ihr vorab downloaden und einmal testen könnt. Schauen wir uns diese App einmal kurz an. Ich habe hier mal repräsentativ einige Zahlen eingetragen und ihr seht dann, dass man sich hier in dieser Haushaltsplan-Kategorie die einzelnen Ausgaben pro Kategorie und Monat anschauen kann. Wenn man dann hier auf heute geht, gibt es die Möglichkeit, auf diesem Plus hier eine einzelne Ausgabe hinzuzufügen. Der Vorteil dieser App ist, dass man hier seine eigenen Kategorien erstellen kann. Gehen wir zum Beispiel hier auf Bearbeiten und Hinzufügen, können wir uns hier ein Icon aussuchen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, dieser Pinsel und diese Kategorie benennen können. Nennen wir sie zum Beispiel Hobby. Wenn ich jetzt eine Ausgabe in dieser Kategorie einfügen möchte, dann klicke ich hier einfach auf Hobby, gebe hier ein kurzes Kommentar ein und das Budget, was ich dafür ausgegeben habe. So kann ich dann später in meiner monatlichen Haushaltsübersicht genau sehen, wie viel ich für welche Kategorie ausgegeben habe, wenn ich hier zum Beispiel dann auf unsere Hobbykategorie klicke, 50 Euro. Eine vierte Möglichkeit, sein Haushaltsbuch zu führen, ist ebenfalls über Apps, allerdings direkt über Apps, die von Banken entwickelt werden. Die meisten Banken bieten jetzt auch schon die Möglichkeit an, dass ihr eure Ausgaben kategorisiert und dann Monat für Monat zusammenfasst. Eines der besten Beispiele ist hier Number26, die Bank, die speziell für das Smartphone quasi entwickelt wurde. Wir haben hier ebenfalls ein Zweitkonto, das können wir euch gerne mal zeigen, wie das dort aussieht. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel einmal die Ausgaben für März 2017, die über dieses Konto gelaufen sind. Insgesamt sehen wir, dass hier 1800 Euro ausgegeben wurden, davon war der größte Teil Bar-Ausgaben, also Abhebung, in der Höhe von 775 Euro. Dann kommt hier Shopping dazu in der Höhe von 300 Euro und hier unten seht ihr nochmal eine genaue Aufteilung der einzelnen Kategorien. Wenn wir dann zum Beispiel auf Shopping draufklicken, sehen wir auch genau, wie viel wo ausgegeben wurde und jede einzelne Transaktion wird hier aufgelistet mit dem entsprechenden Datum, wann es ausgegeben wurde und in welcher Höhe. Wenn ihr dann durch die einzelnen Monate durchwicht, könnt ihr dann sehen, wie viel jeden Monat ausgegeben wurde und für was. Ein weiterer Vorteil von den meisten Bank-Apps, wie zum Beispiel auch bei Number26, ist, dass ihr euch die einzelnen Ausgaben und Kategorisierungen auch per Excel exportieren könnt. Wenn ihr euch für Number26 interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung ebenfalls einen Link. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr denn selbst schon ein Haushaltsbuch führt, schreibt uns doch mal, in welcher Form habt ihr ebenfalls eine App oder eine eigene Excel entwickelt oder macht ihr das Ganze vielleicht sogar auf Papierform. Uns würde das mal sehr interessieren. In den nächsten Tagen werden wir ebenfalls ein Video hochladen, in dem wir euch mal unser Excel-Haushaltsbuch etwas genauer vorstellen. Wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Abonnier unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video.